Man kann das als ganz klassisches Unterhemd-Untertop tragen. Ich finde es ganz süß, wie es bei Marie aussieht, wenn die Spitze ein bisschen durchflucht. Vom Material her fühlen sie sich hier sehr gut und wohl angezogen. Es fühlt sich toll an, eben auch auf der Haut. Ich finde die Beerefarbe toll. Also das leuchtet hier richtig uns entgegen. Wir haben die Spitzen, und das ist immer wichtig bei Wäsche, dass die eben nicht so brettig wird, auch nach dem Waschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja so ein zartes Stöffchen. Ja, das ist wirklich butterzarte Spitze. Also Spitze, die kratzt, geht gar nicht. Also vor allen Dingen nicht an Unterwäsche. Das ist ja ein Albtraum. Und sowas findet man bei Laskana sowieso schon mal gar nicht, weil Laskana einfach wirklich für Top-Qualität steht. Und das kann ich auch wirklich so unterschreiben, weil ich habe damals als Hausmodel auch angefangen und weiß, was da besprochen wird und was sich da für große, um wirklich eine tolle Qualität liefern zu können. Und Laskana kann tatsächlich diese wirklich exorbitant gute Qualität liefern. Einfach aus dem Grund, weil es Laskana in über zehn Ländern auf der Welt inzwischen gibt und überall mit Online-Präsenz. Dann jetzt hier bei QVC, da muss man sich vorstellen, was für Mengen bestellt wird. Und umso größer die Mengen, desto niedriger ist natürlich der Einkaufspreis, was wiederum an die Kunden weitergegeben wird. Also das ist einfach wirklich tolle Qualität. Für die Sie sich hier bei QVC jetzt zu einem tollen Preis entscheiden können. 26,75 ist der QVC-Preis für zwei dieser Tops. Entweder Sie entscheiden sich für Rot, dann kommt einmal Schwarz dazu. Sehen wir hier auch toll getragen, eine schöne leuchtende Farbe. Machen Sie es wie Marie mit einer Lederjacke, mit einem Blazer. Jetzt in der Herbstsaison kann man das toll kombinieren. Und natürlich ganz klassisch auch als drunter oder vielleicht mit einem kleinen Shorty auch zum Schlafen, wenn es noch ein bisschen wärmer ist. Und Sie können sich für die Farbe Weiß entscheiden und die Farbe Schwarz. Lascana steht übrigens auch immer für den perfekten Sitz. Wenn Sie die BHs anschauen, wenn Sie die Bademode anschauen, wenn Sie die Wäsche anschauen. Es sitzt perfekt. Es bleibt auch da sitzen, wo es ist. Und das ist ja was, worüber wir über Wäsche immer reden. Beziehungsweise am besten nicht reden sollten, wenn wir sie tragen. Denn das ist ja eigentlich was, was wir gar nicht im Kopf haben wollen. Die Wäsche. Genau. Nee, also die Wäsche. Ich wurde letztens im Interview gefragt, was denn sexy Wäsche ist. Also für mich ist sexy Wäsche in erster Linie die Wäsche, in der Frau sich wohlfühlt. Weil wenn wir uns nicht wohlfühlen, können wir doch gar nicht sexy sein. Damit fängst du doch schon mal an. Und jeder hat halt den eigenen Geschmack. Da muss man gucken, wer fühlt sich wohl mit Spitze, wer fühlt sich wohl mit ganz schlichter Wäsche. Also das finde ich ganz wichtig. Und nicht nur gefallen zu wollen. Das ist auch wichtig. Und als weiteren Aspekt würde ich glaube ich sagen, dass ich auch so ein gutes Gefühl habe vom Sitz her. Die Passform ist natürlich super wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Frauen tragen ja leider die falsche Körbchengröße. Unter anderem. Ich hatte meine jetzt auch echt, ehrlicherweise zugegebenermaßen, eine Weile falsch, weil sich da was verändert hatte. Dann habe ich das aber alles ausgemessen mit diesem Ganzen, wie man das so macht. Und jetzt bin ich wieder wichtig. Ja, einfach einmal die Brust messen und die Unterbrust messen. Und dann gibt es ja eine Tabelle auf der QVC-Seite. Und da finden Sie dann einfach raus, welche Größe Sie haben. Welche Größe Sie haben. Auf unserer Seite bei QVC. Und dass sich das ändert, ist ja ganz normal. Ja. Alles ändert sich mit der Zeit. Also in Schwarz haben wir den gesehen. Genau, in Haut haben wir den auch. Ja, genau. Das ist jetzt die weiße Variante. Wir haben auch bei dem Slip jetzt eben diese drei Farben mit dabei. Was ich übrigens ganz toll finde, wenn Sie jetzt hier mit dabei sind in der Stunde. Ich persönlich finde es immer einen ziemlichen Ritt, wenn ich irgendwo hinfahren muss und da Wäsche anprobieren muss. Ich mag das nicht. Sie bestellen jetzt hier bei uns bei QVC. Lascana wird Ihnen nach Hause geliefert. Sie probieren an in Ihren eigenen vier Wänden. Wie alles, was Sie bei QVC bestellen, können Sie uns 30 Tage testen. Können Sie Lascana 30 Tage testen. Können Sie diesen Tragekomfort, den diese Marke hat, selber ausprobieren. Und das alles bei Ihrem Licht, in Ihrem Spiegel, in Ihren eigenen vier Wänden. Schön sauber und ordentlich. So ist es. Ich mag das auch. Ich muss Sie ganz ehrlich sagen, also unabhängig, gut, ich bin natürlich auch mit Katalog aufgewachsen. Und ist ja klar, wenn du dann als Katalogmodel arbeitest, dann hast du die BH-Slips, Nachtwäsche und alles irgendwie schon vorher an und weißt, wie das sitzt und wie es aussieht. Ist ja klar, dass ich mir das dann alles bestelle. Aber ich finde es wirklich angenehmer. Ich mag das nicht. Ich war tatsächlich vor kurzem im Kaufhaus, weil ich habe ein Jumpsuit angezogen, der halt so Bando war. Das war richtig heiß draußen. Und ich hatte kein BH drunter. Dann habe ich halt gemerkt, die Mutti hat abgenommen. Das Ding rutscht ständig runter und war mitten in der Stadt. Dann dachte ich, okay, ich hatte wirklich so ein unsicheres Gefühl und bin dann einfach schnell ins Kaufhaus und habe mir einen trägerlosen BH gekauft. Das war die schnellere Variante, als wieder nach Hause zu fahren. Ich glaube, ich war am Ende nicht mehr freundlich zu der Verkäuferin, weil die unbedingt in meine Kabine rein wollte. Und ich habe ihr mehrfach gesagt, ich kenne mich damit aus, vielen Dank, ich komme zurecht. Und ich habe ja verschiedene BHs immer in zwei Größen mitgenommen, sodass ich sie nur wirklich nicht brauchte. Aber die wollen immer gerne den Vorhang aufmachen. Das nervt mich zu Tode. Und das ist umgekehrt und man hat irgendwas und es ist keine... Also ich kenne beide Varianten. Ja, aber wenn man dann das sagt... Und am Ende war ich dann wirklich so ein bisschen so... Also ich finde Wäsche ist halt wirklich auch eine intime Geschichte. Genau, wie Sie das mögen natürlich, wenn Ihnen das Spaß macht. Also da ist ja jeder unterschiedlich... Wenn Ihnen das Spaß macht und... Ja, nein, aber so gibt es ja auch. Und mit Sicherheit ist das auch nicht überall so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass in jedem Wäschegeschäft das so ist. Nein, natürlich nicht, aber... Aber tatsächlich ist es so, gerade bei Wäsche, wie Marie das gerade gesagt hat, es ist ein sehr intimes Erlebnis. Ja, und entweder mache ich das mit einer Freundin zusammen, dass wir uns das gemeinsam bestellen und angucken oder die kommt einfach dazu. Oder ich mache das ganz in Ruhe, alleine, zu Hause bei einer Tasse Tee. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Also was wir jetzt sehen, finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist ja, da will man direkt so reingreifen. Luxury Nights, das ist die Kollektion, die wir jetzt sehen. Da kommt auch gleich noch ein Kurzarm-Shirt, ein Langarm-Shirt und eine Panty dazu. Alles in diesem wirklich sensationellen Nachtblau-Rauchblau, was ja auch absolute Trendfarbe jetzt ist, noch in rosa. Ja, das können wir einfach mal einmal kurz drüben anschauen. Ja, die zweite Farbe, die wir hier dabei haben. Guck mal, du hast hier alles im Blick. Ich habe ja auch Hilfe im Ohr. Oh, sehr gut. Ich habe ja, wir sind ja nicht alleine. Zum Glück. Da wird uns ja immer erzählt, wo wir jetzt hingehen sollen oder wann es wieder so weit ist. Also, wir sehen den morgen am Mantel mit Satinband und wunderschönen spitzen Details. Wenn man denkt, die Spitze kann nicht noch weicher werden, dann wird man hier eines Besseren überzeugt. Unglaublich zarte, weiche, wunderschöne Spitze. Für 44,75, das ist der QVC-Preis. Eine Premiere heute von vielen, denn wir zeigen die ganze Stunde nur Premieren. 1,99614 ist die Artikelnummer. Und jetzt können wir Ihnen auch noch die weitere Farbe, dieses schöne, zarte, rosa zeigen, was wir hier mit dabei haben. Und gebunden wird das Ganze dann innen. Also, wir haben einmal die Variante, dass es innen gebunden wird, sodass, wenn der äußere Gürtel aufgeht, dass man nicht gleich im Freien steht. Und wenn ich nichts drunter hatte. Und wenn ich nichts drunter hatte.